So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go, beziehungsweise es ist ja nicht mal Pokemon Go, es ist ja eigentlich alles. Willkommen zu einer Folge Alles auf meinem Kanal RamsesderDicke, denn was war passiert? Vielen wird es aufgefallen sein, ich möchte euch kurz die ganze Situation erklären. Wieso keine Videos kamen, wieso keine Streams kamen, was war passiert? Manche haben es mitbekommen, viele haben es nicht mitbekommen. Und zwar, ich mache mal hier das auf, ihr habt gesehen, vielleicht in den Kommentaren, ich habe immer wieder Kommentare gesehen und Kommentare gelesen, ich konnte auf Kommentare eingehen, ich konnte Kommentare beantworten. Problemfall hat auch heute erst geschrieben, Ramses, was los bei dir? Schon so lange keine Videos mehr von dir, auf die dicken, zack hier, Manuela, wurde Ramses gesperrt, sonst was? So viele Fragen dazu, geht es dir gut? Ist da auch hier gemeint? Blablabla, warum kommen keine Videos mehr, keine Streams? Hoffentlich ist alles gut bei dir. Leute, die wirklich unter den Videos mal einen Kommentar geschrieben haben und nachgefragt haben, haben auch eine Antwort bekommen, denen konnte ich das auch sagen. Denn ich wurde gesperrt, wieder mal. Ich wurde letztens Jahr gesperrt für eine Woche, diesmal wurde ich gesperrt für zwei Wochen. Jetzt bin ich aber schon zurück. Das klingt auch total kompliziert, man blickt da gar nicht mehr durch. Und zwar, ich möchte euch das hier mal zeigen kurz. Das ist nämlich mein Verwarnungs-Community-Inside. Eins von drei Verwarnungen sind aktiv. Das war die ganze Zeit aber nicht so. Wir haben damals das Video gehabt mit der Besteck-Crew, was natürlich schädliche, gefährliche Inhalte waren, wurde rausgeschmissen, wurde gelöscht. Habe ich eine Verwarnung bekommen, bei einer Verwarnung an sich passiert. Ansonsten habe ich eine Warnung bekommen. Eine Warnung. Verwarnung, Warnung ist ein kompletter Unterschied. Habe ich eine Warnung bekommen, ist noch nichts weiter passiert, nur dass diese Warnung immer im Account drin bleibt. Jetzt wurde dann am Männertag das Video gemeldet. Das Männertags-Video. Weil Leute halt einfach, keine Ahnung, alles zu ernst sehen oder einfach einem einen Riegel vorschieben wollen. Was weiß ich. Es gibt so viele Videos, wo Leute Männertage feiert haben und im ganzen Video als Vlog haben sie sich sinnlos betrunken und Alkohol einfach konsumiert bis zum Umfallen. Aber Ramses wird halt gesperrt. Okay. Ist vielleicht nicht schön. Sollte man halt mal überlegen. Wir haben viele jüngere Zuschauer und ich darf halt einfach nicht mehr ich selbst sein auf YouTube. Ich darf nicht mehr das machen, was ich gerne mache. Ich darf nicht mehr mich als Privatperson präsentieren. Ich muss mich verstellen und muss einfach nur noch das machen, was man bei YouTube gut verkaufen kann. Aber klar, wenn ich natürlich mit dem Kanal weiter da bleiben möchte und mich weiter präsentieren möchte, beziehungsweise einen Teil von mir präsentieren möchte, dann muss ich darauf eben auch Rücksicht nehmen. Jetzt war da eine Sperre für eine Woche drin und nach einer Woche war ich wieder da. Insgesamt hat diese Verwarnung aber 90 Tage gehalten. Ihr wisst, wenn man innerhalb von 90 Tagen drei Verwarnungen bekommt, ist der Kanal weg. Jetzt wäre diese Sperre, also diese Verwarnung am 12.8. ausgelaufen. Kurz vor diesem Auslauf, beziehungsweise Anfang August, kam aber eine zweite Verwarnung rein. Wieder ein Video, wieder was gemeldet wurde, wieder was schädliche Inhalte hatte. Wurde also gemeldet, da war die andere Verwarnung noch aktiv. Deswegen, weil die aktiv war und ein zweites kam, war das eine zweite Verwarnung. Deswegen gab es nicht eine Woche Sperre, sondern zwei Wochen Sperre. Jetzt ist das Ding, heute ist der 12.8. Achte, da ist aber diese Frist von der ersten Verwarnung abgelaufen. Die ist komplett rausgelöscht jetzt vom Kanal. Die zweite Verwarnung ist noch aktiv, aber die zweite Verwarnung wurde jetzt zurückgestuft auf die erste Verwarnung. Und bei der ersten Verwarnung hast du ja nur eine Woche Sperre und nicht zwei. Und da ich ja schon über eine Woche jetzt abgesessen habe, muss ich auch den Rest wohl dieser zwei Wochen nicht absitzen, sondern kann heute einfach wieder weitermachen. Denn diese zweite Sperre, die drin ist, ist jetzt die erste Sperre, weil die erste Sperre jetzt weg ist. Das heißt, normalerweise hätte ich zwei Strikes und beim dritten wäre ich ganz weg, aber weil ich jetzt nur noch einen Strike habe, gäbe es beim nächsten Mal wieder den zweiten Strike und nicht den dritten. Dann würde also wieder eine zwei Wochen Sperre kommen. Das Video, um was es jetzt ging, war diese Six-Pack-Challenge gegen Kanal Phänomenal. Das Video ist halt auch schon ein bisschen älter, sagen wir mal so. Kanal Phänomenal hat er rum experimentiert, ob man es schafft, einen Six-Pack in sechs Minuten zu trinken. Hat er mehrere Versuche gebraucht, hat er immer gesagt, er hatte einen, da waren die Getränke zu kühl, dann waren die Getränke zu warm, dann waren die Getränke zu bitter. Er hat es im Endeffekt mit alkoholfreiem Radler probiert. Hat er es dann auch geschafft. Da habe ich gedacht, okay, gucken wir mal, schaffen wir das auch, passt das. Hab das da auch probiert. Hab da normales Jeva, wie Kühler? Ich glaube, wie Kühler, wie Kühler, glaube ich, genommen. Das war viel zu bitter und richtig eklig. Dann habe ich es in der Zeit nicht geschafft. Dann habe ich es irgendwann auch nochmal probiert mit alkoholfreiem Radler, was ein bisschen süßer war. Schön gekühlt. Da lief das viel, viel besser. Leider war das aber immer zu viel Flüssigkeit auf einmal, obwohl es alkoholfrei war. Dann auch. War es aber trotzdem... Naja, man hat in dem Video sich übergeben, weil das, so wie es reinkam, kam es direkt raus. War in dem Sinne eigentlich nicht gefährlich oder nicht brutal oder nicht schlimm. Aber trotzdem, ich verstehe die YouTube-Richtlinien immer noch nicht. Was jetzt genau das Problem war, denn so viele Sachen sind da, wo Leute kotzen und sich übergeben. Denken an die ganzen SoStreaming-Videos hin und her. Das ist alles okay. Das ist alles erlaubt, weil da kotzt man ja vom Fisch. Wenn du von der Milch kotzt, ist das okay. Wenn du jetzt von einem Bier kotzt, ist das nicht okay. Weil es immer dann so wirkt, als wärst du total tütendicht und nicht mehr Herr deiner Sinne. Selbst wenn das alkoholfreies Bier vielleicht ist. Egal, das Video wurde auf jeden Fall gemeldet oder gelöscht oder wie auch immer. Und dadurch gab es diese Sperre. Was sehr bedauerlich ist, denn das Video war schon ewig auf dem Kanal drauf. Ich habe jetzt alle Videos, wo ich mich übergebe, entfernt. Zur Sicherheit. Weil ich nicht möchte, dass der Kanal wirklich dann ganz weg ist. Das heißt, ich habe auch diese Ekel-Challenge, wo wir diese kleinen Oktopusse gegessen haben aus diesem Gläschen, die so total schmierig und schleimig waren, wo man auch einen Wirkreiz bekommen hat, weil man sich davor geekelt hat, habe ich entfernt. Obwohl das wahrscheinlich kein Problem gewesen wäre. Weil du dich ja nicht von Alkohol übergibst, sondern von Oktopus. Die Suströming-Challenge war sehr beliebt, haben viele gefeiert, habe ich auch runtergelöscht. Beide. Obwohl Suströming kein Problem mehr ist, weil wenn du da kotzt, ist das okay. Was habe ich noch? Die Müllermilch-Challenge habe ich runtergenommen, wo wir geguckt hatten damals. Das war diese Challenge von Excel95, ob man sechs Müllermilch schafft. Und jeder musste sich übergeben, weil das so schwer im Magen gelegen hat. Habe ich lieber rausgenommen, weil Kotzen auf YouTube ist ja verboten. Aber irgendwie ist es auch nicht verboten. Sondern das Einzige, was verboten ist, sind schädliche oder gefährliche Inhalte, die zu schweren Verletzungen und zum Tod führen. Ich kann zwar nicht verstehen, wo diese Six-Pack-Challenge jetzt zu schweren Verletzungen und zum Tod führen könnte. Und YouTube gibt da wirklich auch keine Antwort. Du kriegst immer nur die Standardantwort oder dass sie dazu nichts sagen dürfen. Schade. Ich würde gerne wissen, was das Problem war, damit ich es in anderen Videos vermeiden kann. So denkt man bei jedem Ding, egal was man macht, es kann irgendwo falsch sein oder irgendjemand könnte sich daran stören. Also habe ich viele Sachen einfach weggenommen. Auch als wir diese Hot-Chip-Challenge gemacht haben, den schärfsten Chip der Welt. Da war auch der Geitsch in dem Video zu sehen, wie der sich dann übergeben hat. Weil er hat Schluck aufbekommen, das war ihm zu scharf. Er hat sich übergeben. Habe ich auch von YouTube jetzt entfernt. Leider. Obwohl so viele Leute die Hot-Chip-Challenge machen und dort sitzen und halb krepieren. Die Carolina Reaper-Challenge habe ich im Gegenzug oben gelassen, weil da hat sich keiner übergeben. Obwohl das meiner Meinung nach eigentlich eine Challenge ist, die wirklich gefährlich ist. Wer wirklich Schärfe nicht verträgt oder wenn das kleine Kinder nachmachen und essen das so eine Frucht, so eine Chili-Schode und kriegen dann Atembeschwerden oder Atemstillstand oder Herzversagen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlicher, schädlicher Inhalt, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Ich habe aus Spaß mal ein paar Carolina Reaper-Challenges jetzt gemeldet. Selber. Um zu gucken, was passiert. Aber es kam immer wieder. Ist nicht bedenklich. Ist nicht bedenklich. Verstößt nicht gegen die Community-Richtlinien. Also fühle ich mich eigentlich sicher, wenn meine oben ist, dass das okay ist. In anderen Videos waren halt zwei heiße Girls, die den ganzen Tag gelacht und gekichert haben, wie zwei Hühnchen auf der Stange. Und die eine lag dann irgendwann in der Ecke und wäre wirklich fast gestorben. Und da mussten Leute hin und mussten die halt wiederbeleben. Und das wird hochgeladen auf YouTube. Und dann am Ende, kurz nach dem Abspann nochmal, ja, gebt einen Daumen und macht das auch mal nach oder schickt uns eure Videos. Da siehst du ja richtig, dass das gefährlich ist. Aber es ist nicht gegen die Community-Richtlinien. Das ist egal. Deswegen, ich wusste nicht, was jetzt dagegen spricht, was nicht dagegen spricht. Ich habe vorsorglich erstmal alles komplett so entfernt und runtergenommen. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Extra-Kanal machen. Ramses, der dicke Extreme, wo ich diese Challenges dann wieder hochlade. Vielleicht auch in abgewandelte Versionen ein bisschen zensiert oder sonst was. Das meiste muss man ja nicht mehr zensieren. Das ist ja okay. So-Streaming ist okay. Dass die So-Streaming-Challenge trotzdem da ist, aber auf einem anderen Kanal. Dass dieser Kanal gesichert ist. Alle anderen Sachen, alle anderen Challenges, alle anderen Unboxings, Ramses Kitchen Sachen, Streams, Pokémon, wird alles einfach hier bleiben. Aber wenn ich irgendwelche Challenges mache, wo sich jemand jetzt übergibt, oder wo irgendwas anderes im Spiel ist, dann werde ich die auf den anderen Kanal hochladen. Im Prinzip auf den Challenge-Kanal. Da wird nicht viel kommen, weil ich nicht so viele dumme Sachen mache, aber zur Sicherheit. Das letzte Video, was ihr dann also gesehen hattet, war am 2.8. Das Max-Out-Monday-Video. 100% Dialga auf Level 50 pushen. Danach konnte ich nichts mehr machen, durfte ich nichts mehr machen. Ich durfte keine Videos hochladen. Ich durfte keine Streams übertragen. Ich durfte noch nicht mal Community-Beiträge posten, was natürlich sehr schön gewesen wäre. Wenn man einfach einen Community-Beitrag hätte posten können am 2.8. Sorry Leute, muss ich leider mitteilen. Habe eine Sperre bekommen. Darf jetzt zwei Wochen lang keine Videos und Streams machen. Und dann hätten die Leute alle Bescheid gewusst. So wusste halt keiner Bescheid. Im Fan-Chat haben wir das öfters mal hingeschrieben. Aber von 8.000 Leuten bei YouTube sind im Fan-Chat gefühlt 500 Leute, wovon nur 100 aktiv sind, aber nur 20 lesen können. Grüße gehen raus. Und dann haben das ein paar mitgekriegt. Aber die meisten eben nicht. Finde ich sehr schade, dass die Beiträge auch gesperrt waren. Weil in den Beiträgen kann ich weder streamen noch Videos hochladen. Dafür gibt es Videos und Streams. Fand ich also sehr schwach von YouTube. Und auch wenn ich immer gesagt habe, Twitch ist der größte Rotz. Ich bin immer noch der Meinung nach, Twitch brauche ich nicht. Twitch ist nützlich. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Kann ich euch hier auch mal zeigen. Wir haben da jetzt ein paar Sachen gemacht. Ich habe am Dienstag letzte Woche die Spotlight-Stunde da übertragen. Ist leider nicht abgespeichert. Deswegen gibt es die nicht. Dann musste ich erst eine Einstellung vornehmen, sodass ich am Mittwoch die Dialga Raid Mania da gestreamt habe. Die werde ich aber auf YouTube auch noch hochladen zur Vollständigkeit. Ich habe einen Lucky Trader übertragen. Wir haben am Wochenende Shiny Palkia Raids für Zuschauer gemacht. Am Sonntag auch 524 Aufrufe dafür, dass ich einen komplett neuen Account habe. Habe ich jetzt hier schon 130 Follower. Wir haben Shiny Scaraborn und Kangama Raids gemacht. Am Dienstag, also vorgestern. 201 Aufrufe. Wir wollen das heute Abend auch machen. Wenn jetzt der Kanal zurück ist, brauche ich das natürlich nicht auf Twitch machen. Ich mache das gefälligst wieder auf YouTube. Und gestern die Shiny Palkia Raid Mania auch übertragen, auch auf Twitch. Ich war nie so der Fan von Twitch. Habe immer gesagt, Twitch, nein danke. Ich möchte bitte alles an einem Punkt haben. Twitch kann man keine Videos hochladen. Deswegen ist für mich YouTube der Shit. Ich bin YouTuber. Ich möchte Videos hochladen. Ich möchte mich präsentieren. Und ich möchte auch streamen. Ich möchte nicht sagen, hier guckt ihr Videos und zum Streamen geht ihr da rüber. Klar, auf Twitch gibt es mehr Kohle. Auf Twitch, das ist viel schöner zum Streamen an sich. Das hat viel mehr Funktion. Aber man kann bei Raids für Zuschauer noch nicht mal die Codes oben anpinnen. Deswegen, Twitch, den Account lasse ich bestehen. Wer da jetzt folgt, kann da weiter folgen. Ich habe jetzt auch geguckt, wie Thomas gesagt hat, ich soll dabei bleiben. Mir vielleicht eine Capture Card zuzulegen. Vielleicht, wenn ich zwischendurch mal nichts zu tun habe, Zeit habe und mal eine Stunde Wrestling zog auf der Playstation 4. Oder mal ein anderes Game. Kann ich ja gucken, dass ich das hinkriege, dass ich vielleicht auf Twitch da ein bisschen streamen kann. Einfach mit ein paar Leuten, die sich jetzt für Wrestling interessieren. Oder Wrestling Games oder andere Games. Dann wird nicht der Hauptkanal auf YouTube zugemüllt. Und davon, der dreht sich hauptsächlich dann also um Pokémon und mein anderes persönliches Zeug. Und hier auf Twitch vielleicht nebenbei, wenn ich sowieso mal wieder am Zocken bin, dass ich das dann übertrage und man ein bisschen noch nebenbei labern kann. Ist, glaube ich, die beste Lösung jetzt. Das heißt, wer noch nicht auf Twitch folgt, könnte natürlich auf Twitch folgen. Zu Twitch wird es, glaube ich, dann nochmal ein extra Video auch geben. Und für euch ändert sich jetzt eigentlich nichts. Herr Thomas war schon traurig, dass keine Videos kamen, weil er hat ja die Raid Mania gewonnen. Letzten Monat. Und sein Anton ist das neue Maskottchen für den Monat August. Jetzt ist das aber kaum gezeigt worden. Jetzt ist es aber hier. Jetzt seht ihr das. Da ist Anton. Deswegen habe ich sie auch nochmal reingepackt. Also zusammengefasst. Die Leute haben sich Sorgen gemacht, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Man kann sagen, gut, am Montag wäre es weitergegangen. Jetzt ist Donnerstag. Und weil eben Strike 1 erloschen ist, ist Strike 2 zu Strike 1 zurückgestuft worden. Und ich muss nicht mehr zwei Wochen absitzen, sondern nur noch eine. Die eine Woche ist ja schon längst um. Die war am Montag um. Heute ist Donnerstag. Das heißt, ab heute kann ich auf YouTube nochmal weitermachen. Es werden jetzt wieder Videos kommen. Ich habe mir viel schon zurechtgelegt. Ich habe alles, was auf Twitch passiert ist, runtergeladen und werde alles, was auf Twitch war, auch hochladen. Zusätzlich habe ich hier für euch zum Beispiel aus der ersten Sperrwoche die Raid am Mittwoch-Folge. Hier, ne? Die wird noch online kommen. Dann die Dialga-Raid-Mania wird online kommen. Das war Mittwoch. Am Freitag hatte ich den Palkia-Community-Raid gemacht, den ich auch nicht zeigen konnte. Der wird auch online kommen. Am Sondag gab es dann also Shiny Dialga-Rades. Ach, Shiny Palkia-Rades für Zuschauer. Das wird auch online kommen. Und diese Woche gab es am Dienstag Shiny Skaraborn und Kangama-Rades für Zuschauer. Am Mittwoch dann Raid-Mania in der zweiten Woche. Raid am Mittwoch meine ich. Ich bringe alles durcheinander gerade. Raid am Mittwoch von der zweiten Woche. Und die Raid-Mania von der zweiten Woche, was gestern war, mit Palkia-Stadts-Dialga. Das werde ich jetzt alles irgendwie hochladen. Heute wird es wahrscheinlich so weitergehen. Das Video kommt raus. Dann werde ich Teil 3 vom Hyper-Bonus ankündigen. Denn der ist schon so ewig bekannt. Und ich konnte noch nichts dazu machen. Da werde ich heute noch ein Video dazu machen. Wir werden abends gemütlich Skaraborn und Kangama-Rades hosten auf YouTube. Freitag ist mein freier Tag. Da werde ich euch vielleicht den Palkia-Rade, den Palkia-Community-Rade hochladen. Am Samstag werde ich euch vielleicht Palkia-Rades für Zuschauer hochladen. Was letzte Woche Sonntag gestreamt wurde. Da ich Samstag jetzt schon was ganz anderes zu tun habe. Weil ich ja nicht wusste, dass da frei ist. Aber wir werden am Sonntag dann live streamen. Nochmal Palkia-Rades für Zuschauer. Am Mittwoch werdet ihr dann 3 Folgen Raid am Mittwoch kriegen. Ihr werdet 3 Folgen Raid-Mania kriegen am Mittwoch. Mittwoch wird richtig vollgestopft. Und wo ich hier Skaraborn und Kangama noch reinquetsche, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht Monag noch mit rein irgendwie. Gucken wir uns alles an. Auf jeden Fall, ich bin zurück. Ich musste nicht 2 Wochen absitzen. Ich musste jetzt 10 Tage absitzen. Das war es jetzt. Ich hoffe, das passt wirklich alles. Und ich hoffe, jeder sieht das. Jeder weiß Bescheid. Ein paar Abonnenten sind gegangen, weil die dachten, ich bin tot. Also kein Problem. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns heute Abend dann im Stream. Und selbst wenn ihr nicht mitradet, könnt ihr mal vorbeigucken. Könnt trotzdem Fragen stellen. Oder wir können ein bisschen quasseln. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.